Ich komme bei einem Minecraft Let's Play Together mit dem Kronate. Ich habe schon heimisch was abgebaut, habe ich gesehen. Habe ich gesehen. Oh mein Gott, nicht essen! Du bist so behindert! Ja, ach nee, PvP ist auch an. Äh, PvP. Was ist das doch? Okay, komm. Nein, hier aufs Recht. Ey! Sehst du, dass du Land gewinnst? Okay, jetzt liegt der rum, jetzt liegt der rum. Das Tech-Trapack ist Dandelion. Für die, die nicht wissen, welches das ist. Das ist das, was, glaube ich, Herr Bergmann in Craft Attack benutzt hat. Ich bin aber auch nicht sicher. Halt die Fresse, ich habe nur noch dreieinhalb. Du Wichser! Spastig! Okay, wir haben hier Schafe, also Schafe töten. Und Stein. Ich bohre den Stein ab. Ah, ich bin kein Schaf. Ich mach' die Fresse. Ja, ja, ich mach' das schon. Dann gib mir dein Holz. Ja, aber nicht so viel. Ich kann dir noch eine Spitzhacke machen. Soll ich? Okay, ich mach' mir eine Axt. Wieso hast du denn eine Werkbank gemacht, du Assi? Ich hab' mir gerade schon eine Werkbank gemacht. Boah, Alter! Ich, äh, ich kann ja mal kurz eine andere, ich hol' kurz eine andere Textur-Pack rein. Reinholen. Ah! Na, woher kommst du denn, Runners? Wow, ich auch. Oh, nein, jetzt können sie uns stoppen! Ja? Weil wir in Deutschland waren. Ja, bei jeder. Ja, bei jeder. Wir müssen in Deutschland waren erst, aber ist das so. Oh, Junge. Bei jeder. Was? Bei jeder. Da waren wir gerade. Das war ein Junge. Ähm, übrigens, Runners ist geistig gestört. So wie bei Mami. Hahaha. Und er feiert sich grad' weg. Ich bin alleine zu Hause, also nicht wieder eine Mutter, die mir irgendwie in meinem Video rein... reinredet. Na, wo bist du denn? Runners, wo bist du denn? Runners, wie viele Herzen hast du noch? Hörst du denn? Ah, nein, kannst du denn drauf? Ja, nein! Komm da runter, du Asi! Was? Ich bin leider. Hahaha. Ich töte dich nicht, komm. Ich hab' die Bergbank schon mitgenommen und hab' noch Holz dabei. Also... Wo war'n wir jetzt hin? Erstmal einen Berg bauen und da erst mal ein bisschen in die Hütte aufschlagen. In einen Berg bauen? In einen Berg bauen? Nein! Nein! Die erste Nacht möchte ich gern in einem... Ich möchte gern in einem Ding... Ich möchte gern in einem Ding... Berlin. In einen anderen Tag... Boi, vo... Ich meine Bergbank, ich bau' mir dann in die Shofre die. Und ich mach' denn doll... Ha... Ha... Ah... Ah... Ja, dann bau. Zeig. Gibt ja auch ne Werkbank. Wo denn? Ich hab keine Maus, also so könnte ich manchmal. Wo du heterosexueller. Oh, ich hab schon, oh Gott, Alter, ich hab schon keine Hungerfreude. Da wird sich runterschöpfen. Lol. Alter, das war jetzt mal geil, aber jetzt hast du keinen Hunger mehr, das musst du bedenken. Wo bin ich bloß, Runners? Runners! Ich hab's nicht gemeint. Runners, du findest mich nicht. Vielleicht schleicht er sich schon wieder von den Arsch und dann töte er mich. Und dann fast jetzt weiß ich's ja mal gleich. Das war jetzt schon fünfmal. Ah! Warum hab ich mich jetzt auch nicht gesehen? Na? Na, was? Ja, ja, warte doch, ich möchte dir dein Schwert wiedergeben. Wie viel Koffizdorn hattest du? Kann ich dir sogar glauben. So, in unserer Hütte steht, in unserer Hut, stehen jetzt zwei Werkbänke. Ich mach' einen Ofen. Ich mach' einen Ofen. Ich hab' doch schon einen Ofen gemacht, du Asi! Oh, das geht schon! Ma! Wenn du mich einmal anhauf'st! Ich muss jetzt kurz das Bett craften. Ich leck. Warte, ich disconnecte kurz. Ich konnte ganz nett nicht an die Werkbung. Oh, was? Ich mach für uns beide Betten, okay? Wollen wir nebeneinander liegen? Gut. Dann schläfst du und ich schlafe. Warte. Und ich schlafe hier. Gute Nacht. Ich muss von deinen Füßen riechen. Ich weiß nicht, dass du losst. Oh mein Gott. Hallo. Oh ja. Schlägt mal, ja. Wir haben so ne Regel, kennt ihr vielleicht von umgespielt, dass Minecraft die Weinappe geht? Ja, das machen wir etwa genauso. Also mit Regel, wenn jemand den anderen tötet, strafe. Machen wir aber jetzt erst. Gehen wir? Ja. Okay. Habe ich bei dir? Okay. Habe ich bei dir ein Scan? Ja. Okay, gut. Ich hätte gerade eben kein Scan. Das war... Habe ich bei dir. Habe ich bei dir ein bisschen gewundert, ey. Ja. Ja. Man darf übrigens provozieren. Man darf übrigens provozieren. Ich... Oh... 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 Ist auch ne Steinschaufel. Noo! Bist du behindert? Ich hab noch daran gearbeitet. Oh ja. Sorry, meinst du ist da. Ich stand die ganze Zeit da vor der Werkbank. Bist du behindert? Was? Ich regeneriere auch nicht, du Arschloch. Ich hab das Dähnchen. Da ist der Razzler. Weil wir Monster anhaben. Unter dem Baum spawnen sind immer noch Skelette wahrscheinlich. Wow! Hier hab ich einen Spalt gefunden. Willst du auch kommen? Ja. Deine Arschritze. Warte! Warte! Du hast deinen Zucker vergessen! Warte, warte! Hier, deinen Zucker! Den brauchst du! Eins muss ich dir doch sagen. Du hast jetzt die Zucker verloren. Ich hab zwölf Zuckerrollen. Okay. Alles ist wieder so. Äh, wenn du malst. Ich hab das schon gesagt. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja, ich zucker. Macht gar nichts. Ach nee, das hab ich von Ademon. Ja, ich mach's für ein Faschen. Was? Was? Geht mal nochmal. Boi, junger Eisen. warte man darf sich übrigens teleportieren doch darf man alle haben job ich habe das darf ich gar nicht benutzen ich weiß gar nicht wo du bist und guck mal ich bin jetzt auch nicht an unserer höhle weil du das bett abgebaut hast du assi ich kann mich gerade nicht warten warte kann man das in der aufnummer sehen kann man nicht man sieht mein minecraft hintergrund ist toll jetzt mich verarschen was war schon na hier mit rado ich dachte schon mal ist dein eigenes gut gekauft hat wo du assi gib mir was ab ich hab's gefunden ja die zeichnung sind so gewissen und wo der koronkant wo der koronkant hä? mein vater flash flash help flash help flash ep nein lol Achso, ich bin jetzt schon zweimal Robinsuche. Ja, Flash, TP, Robinsuche, Kronate, so, geil. Wo sind wir grad? Ok. Krieg ich meine Sachen wieder? Oh, sorry. Ja, es regt ne Zuckerrohr! Ich hatte auch ganz viel Eisen. Halt die Fresse. Äh, ja jetzt seht ihr wieder alles, ne? Gut. Ähm, ich beende diese Ausnahme jetzt. Ich hoffe, es hat sich gefallen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ciao! Ja. 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 Ja.